hallo herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einer weiteren führerstands mitfahrt heute sind wir im güterzug von der realion unterwegs in einer 145 auf dem weg von stadthagen nach bad oeynhausen ich wünsche euch viel spaß mit der führerstands mitfahrt ist gleich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020